So rein hier oder was? Rein! So jetzt nach dem dritten Platz erst. Chat, ich hab glaube ich alle Runden bisher gefunden. Mann, hört auch so gemein zu Philipp zu sein, Chat, sonst komm ich zu euch nach Hause und mach... Oh ja. Tot. Okay, dann hört man die bestimmt auf, wenn du dann Dinge mit denen machst. Vor allem wenn du bei denen vorbeikommst. Das ist ein Bang-A-Meme. Ist doch geil oder? Ne, ich war meine eigene. Nein! Okay. Vles? Im Reden, Vles. Vles? Ich verstehe da nicht. Habt ihr da so ne Feder anlaufen oder was? Ich hab irgendwie das Gefühl, Tim ist nicht fertig geworden. Ist nicht ab 200 so das sehr feine? Oh. Klang nicht so überzeugend. Warum sind Vles von Bart gemutet? Ich tue mich so schwer. Ups. Daumen hoch. Ich hab was geguckt. Vor allem so die letzten 20 Minuten einfach. Aber Niki mit C-K-Y. Das macht's noch geiler, find ich. Niki. N-I-K-Y. Ja, komm. N-I-K-Y. Find ich noch geiler, muss ich sagen. N-I-K-Y. Ja, das ist Niki. Achso, oh. Niki, Niki, Nick, Nick. Ich weiß nicht, warum ich heute gar nicht kreativ bin. Salz, Nudel, Wasser? Bro. Boah, ne, Philipps, 1000 Minus. Was ist das denn? Das hast du da auch einfach verdient. Hä? Warum denn? Irgendwo muss man die Wahrheit aussprechen. Ich verstehe das nicht. Salz im Nudelwasser ist useless, bringt nichts. Nein, es ist viel besser. Keiner wird einen Unterschied mehr. Das macht man immer so, jeder macht das so. Ja, weil ihr es gelernt habt, aber ihr habt es noch nie ohne probiert. Nein, ich hab das nicht so gelernt. Es kippt keinen Unterschied. Ich hab mir das beigebracht, weil das viel besser schmeckt. Ja, die Salzmoleküle, die Salzmoleküle, die poppen sich da rein. Das ist gut, wie dieser Barney auch den Spice grad einfach so aus dem Gespräch genommen hat. Machst doch Popcorn auch nicht ohne. Das war schon Fake lachen beim eigenen Meme. Das war Quatsch mit Nudelwasser. Ja, das kriegt auch einen Download von mir. Ich schon, ich fühl den Schmerz. Ja, fühle. Urgau. Urgau. Ja. Ja. Na komm. Den Text habe ich nicht hingeschrieben. Der war da schon, wo ich nur gesagt habe. Ach so. Ja. Dann hätte ich dir keine Punkte gegeben. Schade. Oh geil. Geil. Meine Meme-Buddy-Punkte sind einfach 10. 750. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Weiß ich nicht. Ich hab 10 Punkte für das Meme, weil alle mehr gemacht haben und einer Buddy gegeben hat. Hey, gerne. Geil. Oh mein Gott. Ich hab 5 Meme-Buddy-Punkte gekriegt, weil ich den Meme-Buddy gegeben habe. Wie geht das? Du hast 10 Meme-Buddy-Punkte. Also du hast 10 Punkte. Aber jetzt kommt das. Alter, Alter, Alter. Also die Bomben, also... Keine Ahnung. Der ist sehr nischig, den werden nicht alle verstehen. Tim würde ihn appreciaten. Das sag ich euch. Tim würde ihn lustig finden. Das reicht mir erstmal. Ich kann nicht mehr. Ich kann nie wieder mitspielen. Ich kann nie wieder mitspielen. Ich hab's nicht geschafft. Ja. Ja, das ist so ein mindestens 1000 Punkte-Ding. Das ist vielleicht ein bisschen random, aber ich bin der Entwickler von Make It Meme und wollte mal danke sagen, dass ihr das Game hin und wieder streamt. Bedeutet mir echt viel. Ey, danke fürs Entwickeln. Cooles Game. Hä? Kann der Entwickler bitte mehr Zeit zur Verfügung stellen? Ja, mehr Zeit. Und ein anderes Rating-System. Das könnte ich einstellen, tatsächlich. Das ist einfach rigged. Das hab ich schon mal gesagt. Game ist übelgeil. Was ich mir wünschen würde, wenn man das von 1 bis 5 bewerten könnte. Wenn man das so ein bisschen feiner machen könnte, als wenn man ab und download. Ah. Was ist denn ISOClear oder was da stand? ISOClear ist das. Ne, mach ich nicht. Hä? Äh, ich stream auf meinem PC. Okay. Ne. Komm, ne. 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 Aber ich, also ich finde, ich finde... Das ist eine mega gute Idee. Sein Droh. Oder Null bringt so diese witzigen Ergebnisse am Ende, weißt du? Wir spielen das ja öfter jetzt so. Also wir haben das ja schon öfter gespielt. Das macht doch so ein bisschen Slicey, ja. Richtig. Ist doch mega cool, dass man das im Chat spielen kann. Haben wir noch nicht gemacht, aber... Von morgen ein paar Mal gesehen möchtest. Ja. Also ich... Ne. Also ja, ja. Ja, aber ne. Für Dora ein Tipp. Weising. Ja, würde ich jetzt Meme-Buddy an der Start? Weising. Ich hoffe auf das Letzte. Ich hoffe auf das Letzte. Das ist... Ach Scheiße. Ich hab auch gehofft. Ich hab auch gehofft. So... Tee. Aber der Gesichtsausdruck ist auch so ein Tee einfach. Ich geh jetzt durch. Ich... Ja, gib den Daumen nach oben. Nö. Ich hab auf euch gehört zu warten und jetzt... Auf uns zu warten? Wie? Tim, ich hoffe, du hast mein IsoClear-Meme gewertscht. Ich wusste, das wird niemand verstehen außer dir. Tee. Ja, ich war uns witzig. Ja, mein ich hab trotzdem Abwürdig. Eieiei, wie bin ich denn Dritter mit 140 Punkten? Ja, ich hab keinen einzigen Punkt bekommen. Schmerz. Kann ich mehr. Schmerz. Aber ich streame an meinem PC? Ja, das ist halt der POV von dem Bildschirm dann. Ach so. Ach ne. Wenn du schimmertest POV, du bist der Bildschirm, das wäre witzig gewesen. Nein. Ja. 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 Das ist sowas von Linda einfach. Ich weiß nicht warum, aber dieser Hund passt auch irgendwie voll gut dazu. Ja. Richtig süß. Alter, der Hund sieht auch aus wie Linda so. Ja, aus den Ohren, so zu den Haaren. Ja. Ähm. Oh. Das ist so witzig. Just disappear. Okay. Pain. Die Spezi in den Venen. Die Spezi. In ihren Venen. Das Spezi. Philipp, was sagst du zu dem Meme? Späzi. Späzi. Oh, ja. Das war, was wir gesagt haben. Ich glaube, wenn man genauer bewerten könnte, weil man halt, also nur Up und Down wird, ist mir manchmal zu wenig. Manchmal gibt es ein Banger-Meme, ne? Da will ich dann so einen Banger irgendwie, so einen Banger-Button haben. Äh. Und wenn Chat irgendwie Chat-Punkte verteilen könnte, so wäre mega geil. Aber an sich, die Basic-Funktion davon ist, ah. Ist sehr nice. Was? Die Lumi-Spezi-Lobby. Okay, ganz ehrlich. Ich hole mir jetzt eine. Ich habe alles geupbautet. Ich habe alles geupbautet. Ich habe auch einfach alles. Drei Spezi-Memes in a row. Wir kriegen diesmal alle tausend Punkte in der Runde. Ich sag's euch. Ja. Außer, das ist jetzt kacke. Ah, ne. Wir kriegen wirklich alle tausend, oder? Jaaa. Tausend, tausend, tausend. Ah, sieh mal 50 für Blask. Scheiße, ich dachte, das wäre ein Banger gewesen, Mann. Geil. Hätte meins gedown worden. Ich dachte, es kriegt wenigstens einen Chuckle. So, so. Das war eine geile Runde. Okay. So funny. Die waren alle richtig funny. Chuckle, Chuckle. Hast du nicht vorhin sogar über dein eigenes Meme gelacht lest? Das ist ja schlimm. Hä? Das ist, das macht man so. Das geht so aus. Ich mach das dann dauernd. Ja, ich glücklich rein. Wie sehr dieser Hund aussieht wie Linda. Ist das einfach. Sorry, Linda, ne? So. Bark. Fuck. Ja. Bark. Bark. Listen to it, guys. Oh, da spielt sie, glaube ich. Hast du aber noch bestimmt eine Notfall Spezi, oder? Felt mir schon wieder das letzte Wort. Ja, aber ist doch jetzt ein Notfall. Nein. Der Notfall ist, wenn du eine brauchst. Oh, das ist süß. Oh, das ist süß. Das ist jetzt Spezi die neue Meter. Da vergützt die Daumen nach oben. Für die Süßigkeit. Die Spezi Meter. Gibt es eigentlich einen Rekord in Minuspunkten in diesem Game? Naja, bedingt. Einen theoretischen. Ah, mein Leben, wo ich noch Produktmanagement gemacht habe. Tschüss. Hast du mal Produktmanagement gemacht? Ja, die ersten zwei Jahre nebenbei während des Carstens. Auch so nebenbei. Ja. Weißt du, was ich mein? Hallo, ich bin Bart. Hallo. Tschüss. Alles. Junge, warum sind die Smilies da? Wie kann man Smilies machen? Das ist ein Boomer-Meme. Hä? Wenn dich endlich jemand mit einer Technikfrage konsultiert. Hä? Aber haben wir auf einmal einen Rentner eingeladen in die Gruppe? Der sieht aus wie der alte Bart. Was ist das denn? Was ist der alte Bart? Der Typ sieht aus wie Technik. Und ich dachte, die Boomer-Smilies dachte ich, ihr habt halt so richtigen Boomer-Humor. Ach, selber. Hä? 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 Seid mir gegrüßt. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich find den gut. Das ist geil, dass man mich ablässt. Das kriegt den Buddy und das wird dich abhauen. Helfer Steiner hat mich mal geradet auf Twitch. Ihr werdet das bereuen. Mich auch. Das war mein bester Moment auf Twitch. Nee, komm. Oh. Das ist schon gut. Das ist ein Throwback. Ja. Das ist ein geiles Throwback, weil es von der Art so anders aussieht. Ich wette, ihr freut das jetzt, dass ihr kein Nien-Bubbidi mehr habt. So dumm. Ich hab Nien-Bubbidi gegeben. Ich hab Nien-Bubbidi gegeben. Ich auch. Der Held der Steine kriegt den Buddy. Der Held der Steine war auch geil, ja. Ach, ganz so länger. Nice. Ich bin enttäuscht, dass er dem Held der Steine so wenig Punkte gegeben hat. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wenn jetzt seid mir gegrüßt, ich bin der Held der Steine in Frankfurt. Bei meinem Herzen von Europa. Das war sehr geil, Bart. Das war wirklich sehr geil. Ich finde das absolut widerlich, dass du nur 260 Punkte gekriegt hast. Ja, ich auch. Und nicht 1000. Ich auch. Hä, wer hat das denn nicht geupvoted? Das ist doch voll geil. Das ist wirklich geil. Ja, aber es ist ja einfach nur das, was er so sagt. Ja. Gerade deswegen. Aber das Face dazu holt mich ab. Wenn das da wirklich schon so lange steht. Hey, danke. Chat, ihr habt gar keine Ahnung, man. Der Chat legt mich so auf. Mir fällt nichts rein. Es war zu knapp. So dumm. Aber der Chat guckt dir doch zu. Da wirst du doch eigentlich deinen Humor teilen, oder nicht? Nee. Deswegen verstehe ich nicht, wie die alle so rudimentär in der Evolution sind. Wie können Philly Subscriber sein, ohne seinen Humor zu feiern? Mein Gott, ey. Also ich muss sagen... Ich bin einfach schon aszendiert, Leute, was meinen Humor angeht. Ihr seid noch auf der letzten Stufe. Oh, oh, oh. Also an der Stelle, als jemand, der ultralange bei Philly Sub ist. Wahrscheinlich der längste Sub, den Philly hat. Was ist das denn? Memes? You are all wrong. Das raffe ich gar nicht. Vorstehen, der Philly Sub-Manager? Oh, verstehe ich nicht. Ja, Sub-Manager. Habe ich zu dumm. Das raffe ich nicht leider. Ich verstehe das nicht, Alter. Wie kann man das denn jetzt nicht verstehen? Philly-Meme. Doch, ich mache jetzt nur eine Woche. Guck mal, das verstehe ich. Das verstehe ich auch. Das kriegt Meme-Buddy. Geil. Das ist geil. Aber dieses Yu-Gi-Oh-Meme ist eh super nice. So, jetzt reicht es mir. Jetzt wird einfach nur noch Punkte gegangen. Ja, so musst du es machen. Ich Meme-Buddy ihr. Das ist süß. Ich finde das ein Banger. Ist jetzt nicht so lustig, aber süß. Ich finde ihn geil. Das ist ein Affe und eine Courage. Guck dir diese Lache von dem Affen an. Die ist so geil. Sieht aus dem Palmen. Ja. Ich fühle das so sehr. Ich Meme-Buddy nicht rauskommen. Bitte Gutes. Ja, aber der Hund sieht nicht aus wie Linda. Ja, aber... Ja. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Kriegt einen Daumen nach oben. Und einen Meme-Buddy. Oder einen Daumen nach unten. Oder einen Meme-Buddy. Oder einen Daumen nach unten. Oder einen Meme-Buddy. Schau mir jeden Punkt jetzt. Philipp, da wurde jetzt einfach alles, was nicht sein Meme ist. Wäre stärker gewesen, wenn er diese eine Joke von Linda gestanden hätte mit dem... Ich hab jemanden angerufen. Äh, ich hab Spider-Man angerufen, aber er hatte kein Netz. Und dann der Hund da unten. Haha, ja. Ich find den Hund so süß, weil der hat so dieses Pad. So dieses Husky-Pad. Und er versteckt sich dahinter und dann lacht er auf einmal. Eine geht noch. Eine geht noch rein. Geil, ich hab gewonnen. Alter, du gewinnst jede Runde. Ey. Du warst zu stark. Sag mal, was willst du machen, ne? Weil wir anderen uns einfach in so richtigen Troll-Beans verlieren. Das krieg ich besser in den Chat, passt auf. Die Antwort darauf lautet, ich hol mir jetzt einen Joghurt. Banger. Oder? Okay, guck. Ich hab schon eine Erklärung, bitte, Mann. Shit, Seele. Fall ich wirklich vom Glauben ab, Mann. Der holt mich selber ab. Junge, diese Gier, ne? Alter. Oh, geil. I mean you're not wrong. Leo. What? What? Dreieck? Wer hat ein Dreieck reingut? Das ist irgendwie süß. Hä? Wie? Was? Mein einjähriger Nachhundern ist ein Dreieck. Achso, jetzt verschließ. Der ist actually not schlecht. Kannst du das erklären? Das ist actually not schlecht. Ja, diese Vier-Eck-Baukästchen, wo man so Form reinpackt. Wo man so Förmchen reinmachen muss. Ah. Das hat mich sehr enttäuscht gerade. Ah. Das hat mich sehr enttäuscht. Das ist auch irgendwie süß. Kein Chaos sprechen kannst. Den finde ich geil. Also den finde ich wirklich geil. Kim Possible. Kim Possible ist die Lieblingsserie. Ah. Der ist ganz cool. Der ist halt richtig smart. Der ist wirklich smart. Und Ron heißt Ron Stoppable. Das heißt Unstoppable. Verstehst? Okay. Impossible Kim Possible. Ach ja. Phili, spürst du die Punkte schon, Phili? Wie auf auf. Nee, komm. Die Augenbraut. Wie auf auf. 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 Aber Philipp hat bestimmt so ein Phili-Meme eingereist. Ja, ich habe es. Ich habe es gerade. Nein. Was will ich nicht tun? Also ich habe mich verschrieben, weil ich nach einer Sekunde abgegeben habe. Ba-bam! Ey. Aber die minus tausend Punkte nehme ich natürlich. Ich muss es trotzdem machen. Ich muss es trotzdem machen. Geil. Aber der war gut, Phili. Ich war so enttäuscht, dass ihr nicht über meinen Bauchlotz-Meme gelacht habt. So enttäuscht. Nur nachher verstanden, leider. Dass Spider-Man mehr als meins kriegt, das muss ich wirklich sagen. Ja, aber das ist ein aktuelles Thema. Wie hast denn du den nicht verstanden, Tim? Ich habe nur ein Viereck und ein Dreieck gesehen und einen Typ, der Basketball spielt. Ja, das war zu hoch. Das ist auch schon wieder keine Glanzleistung. Aber wenn ich mir eure Leistung angucke, ist das ein Banger. Na ja. Oha. Jetzt ist er weg, der Pudding. Ey, das fühle ich. Das fühle ich. Wenn keiner über die Bauchlätzchen lacht, mal dissonst. Was für Bauchlätzchen, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Bei dem Blast-Meme gerade. Hey, Tim. Das ist unglaublich. Tim kann einfach nicht um eine Ecke denken. Nein, ich habe es ja verstanden, als es erklärt wurde. Hey, hey. Meme, buddy. Oder wir fehlten, hey. Das ist ein Banger, das ist mir egal. Das ist egal. Ja, gut, da stehen ja nur zwei. Das ist egal. Das ist wirklich egal. Kann man eigentlich schreiben, wie jeder YouTuber am Anfang seiner Videos ist. Hey, hey. Nee. Hallo, meine Lieben. Ja, nee, habt ihr recht. Ist ja okay. Späti ist doch jetzt auch langsam ausgelutscht, Mann. Aber übel. Weg mit dem Schmutz. Okay. Hey, 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 Modes. War das dein, Alumi? Also, ihr müsst nicht downvoten. Ich habe da, also, das ist mein Meme. Sonst hätte ich ihn da auch noch umgegeben. Ich habe gedownvotet. Naja. Klimawandel Markus Lanz. Der ist mir zu hoch. Ich abo den, weil er wirklich aussieht wie Markus. Naja, nicht ganz wie Markus Lanz. Sieht ein bisschen aus wie Prinz Markus, ne? Prinz Markus. Es geht doch nicht ums Aussehen. Es geht doch um den Inhalt. Politische Memes, Leute. Ein bisschen mehr, also, Begeisterung. Ja, aber dafür bin ich so ungebildet. Politische Memes, wenn ich auch direkt wieder aus meiner Agenda rausschmeißen. Ich wollte es dir auch runter. So, einfach so, weg. Ja, ist gut. Ich habe nicht gelacht, aber es ist trotzdem gut. Nee, ich habe hier, The Boys habe ich schon gesehen. Schmutz. Was? Hä? Nee. Was? Hä? Vorbei ist Meme weg, voll geil. Alles downloaden jetzt nur noch. Nö, tausend Punkte, haha. Haha. Siehst du mal. Meme-Legende wird jetzt geboren, passt auf. Ich muss sagen, Homelander ist einer meiner Lieblings-Superhelden. Mehr Mühe, Bart. Hab dir doch gefragt, wie viele maximale Minuspunkte man bekommen kann oder nicht. Gibt dir keinen Donation-Link? Nee. Gibt dir keiner Spendern nicht, aber nur Spendern. Also es gibt Spenden ans Tierheim. Warte, vielleicht macht er den Titel nicht mal selber? Oha. Das will ich mal nicht mal den Titel selber. Tolle Memes kriegen. Carla hat meinen Titel geschrieben und da standen lustige Memes im Titel. Und da habe ich gesagt, Carla ist Bumami. Du hast dich angeschissen? Ja. Gefeiert. Ich möchte direkt kündigen. Ich habe nicht meinen Text gelesen, aber es sieht lustig aus. Ey, schade, ich hätte mit Meme-Buddy nicht raushalten dürfen. Geil. Nee, ist okay. Ist gut, ist solid. Ja, anxiety-Jokes sind immer ganz okay. Anxiety-Jokes sind relatable. Okay, anxiety-Jokes, schreib mir direkt auf. Gib Daumen her, schreib auf die Liste. Alles anxiety-Schlafrhythmus. Anxiety-Jokes raus. Alles, was Intelligenz erfordert, raus. Ja. Okay. Ich glaube, Philly hat es einmal verstanden mittlerweile. Hä? Aber warum? Ja. Deine Red Bull-Dose. Verstehe nicht. Ich betel um Punkte, versteht ihr? Ach so. Und ich schniefe nebenbei Koks und habe dann Kondom liegen. Ah, du bist nicht verheiratet. Was? 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 Okay, das ist geil. Das war ja ich. Oh Mann. Ist das für irgend so eine Gaming-Kombo am Computer? Das ist ja komplett ein- Ach, komm! Mann, das ist dieses Ding mit dem Neffen. Das ist ja über allem anderen. Ach so. Ja, ich dachte wegen dem Pfeil nach oben, war ich gerade so verwirrt. Ja, let's go! Stark. Ja, der war, Philipp. Ich hab die Wien vor mir geknackt. Der war richtig stark, der war richtig gut. Das GIF war perfekt. Ja. Aber die Caption 2 war genauso wichtig, fand ich. Ja, aber ich hab einen Rechtschreibfehler gemacht, leider. Wenn du es ins Bergheim willst. Ja, das hat keiner gesehen. Das war so lustig. Wir waren abgelenkt von dem tanzenden Typen. Okay, Leute, das müssen wir aber auch weiter abliefern. Ich darf meinen Meme-Buddy nicht mehr vergeben, weil ich krieg dadurch immer Pluspunkte. Und ich will ja gar keine Pluspunkte. Wir müssen deutsch bleiben. Ich hab kackt, Leute. Oh nein. Deutsch ist lustig. Fili? What? Bart? Hä? Äh? Bart? Ich verstehe nicht. Bart? Was zum? Hä? Wahrscheinlich, weil jemand seinen Namen so falsch geschrieben hat. Mein Jogler. Ist der von Philly? Das verliert den mega gut. Ist der wirklich von Philly? Also wenn der von Philly ist, kriegt der ein Abbot, ansonsten kriegt er ein Daumenbot. Nee. Nee. Nein, ich hab verkackt, Meme-Buddy zu geben. Ich wollte die Minuspunkte. Drei? Was für drei? Junge, was ist das denn für eine Runde? Klauen, drei? Katastrophe. Was? Also ich bin ganz ehrlich. Nein, oder fuck? No more. Das geht nicht lang. No more. Verstehen, das können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Das können wir... Nee, geht nicht. Ach so, jetzt hab ich's verstanden. Das wär genial gewesen. Nicht böse gemeint. Das ist alles gut, ja. Das ist stramm. Strack. Stramm ist nehm. No front, aber... Ja, no front ist aber... Ist so oder so schon ein schwieriger Anfang. Hm. Okay, jetzt muss ich body'n, weil ich hab noch nicht. Ja, safe, der ist geil. Ja, aber ist auch irgendwie das Minus wegen. Bart kriegt nie genug Schlaf. Das stimmt. Schlaf mal ein bisschen. Nö. Nö. War letzte Nacht auch bis sechs Uhr morgens bei Nut für die Welt. Barts typischer Schlafrhythmus ist so, um, weiß ich nicht, um zehn Uhr aufstehen. Bart muss einmal um neun Uhr aufstehen. Okay, dann mach ich durch. Wie hat Philly weniger bekommen als ich? Tim Horus, du bist so eine... Du bist... Und? Oh, scheiße, ich hab nur nicht gememe-bodied. Ich spiel hier Morgas. Das ist hier... Keine Ahnung. Ich geb auf. Ich hab zu spät geswitcht. Stell dir vor, es gäbe bei Make-It-Meme so einen Community-Joker wie bei Jackbox, dass die auch bewerten könnten. Das wär geil. So als Bonus. Das wär krass. Das wär sehr geil. Dann wärst du nicht wundenabhängig, sondern müsstest du... Oder nicht lobbyabhängig, sondern du müsstest wirklich gute Memes hinkriegen. Ja. Das wär richtig geil. Was war die Idee? Was? Nö. Nö. Wenn du wie bei Jackbox quasi einen Community-Joker hast und die auch bewerten könnten. So als ein Extra quasi. Nein, nein, nein. Einfach, dass die Community mit rein kann und dann einfach auch mitvoten kann wie bei Jackbox. Naja, haben wir vorhin auch schon gesagt gehabt. Das und so eine Skala, auf der man voten könnte. Nicht nur up und down, sondern... Ja, aber die Skala... Nö. 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 Oh, schön. Wer auch immer das gemacht hat. Schöner Throwback. Oh mein Gott. Aho, 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 Aho. Aho, Aho, Aho. Bart in dem Meme. Die ist, äh, ich weiß nicht, die Punkte, ich weiß nicht, die ist ein Bart. Burn it. Ah, Les hat einmal gelacht. Ich find das lustig. Ich find's auch lustig. Ich hab's auch geupoutet. Also ich spiel ehrlich, ne? Äh, Tim, wie er wieder mal alle bei Make-It-Meme reinlegt und alle fallen drauf rein und dann den Zuschauer so... Tim, dafür kriegst ein Down-Word. Ja, Mann. Hey, mein Meme war das andere. Ne, das ist neins. Du kriegst ein Down-Word für. Du kriegst ein Down-Word für Tim. Das war das andere. Das ist deins, Tim. Das ist deins. Ich hab's nicht geschafft, ihm mal die zu geben. Ja, zuck da einfach runter. Ich hab's zu fünf Sekunden vorher noch mal gewechselt. Nö, Abword. Du sagst mir nichts. Aber also... Bitte nicht. Bitte abword uns nicht ab. Man kann drei Sachen schreiben, oder? Eigentlich da. Ich fand's schon lustig mit dem K. Und dann eine Viertelstunde später. Ich bin dritter geworden. Junge, wie bin ich üben? Wie hab ich null Punkte? Wie? How? Ich hab fucking Clown 4 geschrieben. Das ist wie Text 1. Wir müssen auch eine Runde spielen. Eine muss ich... Ey, ich bin irgendwie 1000 Minus dafür. Nee, nee, nee. Wir können eine Abschlussrunde machen. Eine Abschlussrunde. Ich muss in der Einwohner. Letzte Runde, letzte Runde. Wir spielen jetzt Vorge, bis ich gewinne. Damit Philly zum Meme-Gott aufsteigen kann. Eigentlich Minus. Ist das schlecht, Mann. Ja, aber guck mal. Der Berg, dein Typ war richtig strong, Philly. Mein Bugspunny wird richtig fett, Alter. Es ist so schlecht. Das ist so... Ah, das ist leider zu schlecht. Das ist zu schlecht, aber ich hatte nicht viel Zeit. Boah, das war ja furchtbar. Ich hatte leider nicht mehr genug Zeit. Piu-Piu? Piu-Piu. Ja, das ist super geil. Ja, Mann, Alter. Geil, Alter. Geil, ey. Bart, ey. Twitter. Geil. Diese Stille vor allen Dingen war gerade so... Ja. Einfach nicht. Dann so... Piu-Piu. Wieder nicht. Piu-Piu. Piu-Piu. Geil. Piu-Piu. 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 Das sieht ästhetischer aus, irgendwie. Denn wenn ihr... Das bräuchte ich eigentlich als Gis für Hype Train. Wenn ihr irgendwie Hype Train weiter anfeuert, ist das genau das. Hm. Ah. Ja. Hä? Das ist von Philly. Mach mal hoch. Mach mal hoch. Komm, wir machen Philly zur Legende, Leute. Wir zusammen. Das ist von mir. Hallo. Das ist Philly. Meme-Buddy. Also, das ist von Tim. Scheiße, dann runter. Komm, wir machen uns zurück. Lumi ist kaputt. Elon Musk. Zehn Punkte. Geil. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und? Null Punkte. Ich hab's predictet. Null Punkte. Ich hab's. Also wirklich Tim. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Das wird auch immer schlechter und schlecht. Pain. Einfach Pain. Und Daisy jede Runde. Ja, Mann. Ich brauch nur ein gutes Meme. Dann kriegt man so ein gutes Meme und denkt sich so, ich weiß nix. Ich weiß nix. Jetzt kommt der größte Banger der Geschichte. Ich bin gespannt. Wir geben uns aber auch echt Mühe, dass Philly diesmal über uns landet, ne? Also jetzt kein Banger. Guck mich auch nicht ab. Scheiße. Oh, was ist das denn? Vier Sekunden. Scheiße, ich hab's. Zeit, Banger. Ah, das ist Kostpunkt. Nee, Spezi-Memes werden jetzt von mir einfach nur noch gedown-voted. Nee, Mann. Also das ist sehr cute, aber... Es geht nicht nur um cute Memes, sondern um lustige Banger-Memes. Also der war auch okay. Ja, dann mach doch mal eins. Nee, 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 nee. Der Hund sieht wirklich ein bisschen aus. Der war's nicht. I see. Das ist ein absolut Win. Absolut Win. Absolut. Man, ich weiß es nicht. Aber das ist doch Bart. Perfekt wär das doch, wenn das jetzt auch null kriegt, oder? Ja, ja. Das ist der Plan. Aber das hinzubekommen ist halt schwierig, ne? Weil... Philly? Philly. Also... Hä? Wenn ihr links Philly und rechts Illy geschrieben hättet, ist das ja geil gewesen. Philly und rechts PH. Ja, weiß ich nicht, Leute, ne? Da würde ich an der Stelle mal... Aber du wirst von Philly das Meme, ne? Daumen hoch. Nein. Nein. Doch, doch, das war von Philly auch geabportet. Wenn man versucht mit Politikern über Klimaschutz zu sprechen. Also Gesellschaftskritik, da kriegst du mich immer mit. Da sind jetzt wieder die Politiker... Joa. Also ich seh mich da auch in dem Meme wieder. Bin der Stein unten rechts. Ja. Ich find's ganz gut. Bin der, wo mal Leute gegenspucken. Hä? Oh mein Gott. Ne. Weg damit. Aber das ist ja... Ein Rip-off. Junge, dieser Walk ist halt so geil. Der Walk ist so lustig. Philipp, weh, du hast das selbe Meme nochmal gemacht. Dann braucht halt auch ein Meme, was richtig lustig ist, so. Oh mein Gott, Philipp. Wie, das ist nur Zweiter geworden, Alter. Ich hab's gewandelt halt. Oh mein Gott. Oh nein, jemand hat falsch verboten. Das war richtig gut aufgebaut, das Meme. Mann, das Spitz-Meme war voll süß, ey. Dass ihr nicht Bart's Meme gemett habt und er null Punkte gekriegt hat, enttäuscht mich auch gerade schon wieder. Ach, Mann, ey. Wie habt ihr denn? Man darf die Jungs halt nicht zu sehr outdragen. Was denn? Ich hab ihn doch extra noch angepasst. Der Typ ist so weit vorgegangen, dass er jetzt schon vorm Türsteher steht, Alter. Was ist das? Hä, ich meinte jetzt... Ich meinte Text-Meme. Wie hat das denn? Hab ich sogar an. Nee. Ich meinte in Bezug auf Spezi. Ach, ich geh einfach nur durch mit meinem Leben. Mach einfach wieder durch, Bart. Okay, ich mach einfach... Hab ich hier irgendwas? Letztes Meme, okay? Gut. Ja, ja, ja. Es ist scheiße. Ach, keine Ahnung. Bei mir ist die Kreativität raus, wisst ihr? Die ist weg. Bart plus... Naja, Bart plus Philly. Ach so. Nee, also... Plus ist meine Mute-Taste. Bart plus... Ups. Hä, meine Mute-Taste auch. Hä, bei mir ist die Raute. Bei mir ist die Raute da drunter. Bei mir ist Raute full Mute. Nice. Bei mir ist F9. Mehrkosten. Liar! Aber es hat ja auch noch nie einer gesagt, oder? Volt Down? Ach so. Volt ist diese Bestellplattform, wo Philly... nie keine Pizza bestellen kann. Heißt die nicht? Volt mit V oder so? Das ist die Partei. Volt? Das heißt nicht. Das heißt Volt mit W. Was ist denn Volt? Das ist eine Bestell-App. Da kann man erst bestellen. Ja, aber wann bestellst du denn da mal? Mach ich doch gar nicht. Hab ich doch gar nicht gesagt? Doch, der macht Social Diedaction. Oh, die sind aber groß. Es gibt einen Abgrund, Philly. Komm, Philly, kriegst ein Meme-Body. Ja. Warum bist du enttäuscht? Das ist doch lustig. Hä? Scheiße, das ist eine Katastrophe. Leute, ich glaube, es ist Zeit, was anderes zu machen. It's over, Anakin. Oh, das ist traurig, das Meme. Stell dir vor, du drückst fünfmal auf den Button, das kommt nur Scheiße. Ja! Geil! Nehmen wir null. Ja, geil! Achso, wir haben noch zwei Runden. Achso, okay. Die wären jetzt nochmal richtig geil. Ich finde es auch geil, wie wir einfach mittlerweile nicht mehr mehr Punkte bekommen bei den Memes. Und jeder kriegt einfach nur nur so null oder minus Punkte. Ein einziges Mal dabei. Ich habe 1040 Grad bekommen. Stark. Angeber. Es ist irgendwie ein Punkt erreicht, an dem... Suffering. Einfach, nee, Suffering. Das fasst es gut zusammen. Kein Satz, nur Suffering. Also das ist jetzt unironisch. Das Meme, was ich jetzt gepostet habe, ist unironisch. Unironisch, das schlechteste Meme, ohne dass ich wollte, dass es das schlechteste Meme ist. Einfach, weil ich nicht wusste, was ich schreiben soll und nur noch 20 Sekunden habe. Ein, ein, eine Panzer, eine... Also es ist wirklich das schlechteste Meme. Ja, da sind zu viele Rechtschreibfehler und grammatikalisch ist es auch nicht gut genug leider. Mann, nur weil Lumi Rechtschreibfehler macht. Hör auf. Joker. Oh. Also Döner kostet wirklich 8 Euro gerade. Ist schon... Ernsthaft? Ja. Ich habe vorhin 6 Euro gezahlt, glaube ich. Okay. Ich habe heute Döner. 2 Euro. War das früher. Merch Vember Plus. Gehalt. Aber warum Plus? Warum Plus? Ich bin schon wieder so verwirrt. Weil er sich gemutet hat. Was für Merch Vember? Nein, alle Leute haben mir schlau. Aber Leute kriegen momentan Merch und Kalender und so raus. Das ist crazy. Damit die Leute vor Weihnachten noch ordentlich rein cashen können. Richtig. Deine Mutter, wenn sie bei Ruper Mario nach links läuft. Haha. How do I go forward? Verstehe ich nicht. Philippe, wie machst du eigentlich diese scheiß Smile? Der ist nicht von mir. Der ist nicht von mir. Oh Gott. Philippe. Denkst du wirklich, dass der von mir ist? Lesk, mach doch keinen Rechtsradfehler, Lesk. Lesk, mach doch keinen Rechtsradfehler, Lesk. Ich würde Döner wieder auf 2 Euro holen. Ich bin nie bei den Säulen. Ich dachte, ich bin Frauenwurz. Geil, ich bin immer noch vor Tim. Let's go. Ja gut, also die letzten beiden Runden war ich halt einfach wirklich lost. Ich bin ganz ehrlich. Aber es war trotzdem sehr witzig. Aber jetzt habe ich eine Chance, es ist alles klar zu machen und Weltmeister zu werden. Aber jetzt einen Döner habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gegessen. Döner wäre geil eigentlich. So einen richtig geilen Döner. Döner macht schöner. So einen Salter, einen Pomm-Döner, Alter. Ja, einfach so einen richtig lecker Schmecker-Döner. Jetzt muss einer kommen hier, Leute. Jetzt kommt er. Jetzt muss ein Döner kommen. Ich habe echt Hunger, Tippe. Freut ihr euch schon? Worauf? Weihnachten. Warum? Ist doch bald. Und? Er ist gar nicht mehr lang. Das ist doch nicht richtig mit übertragen und so von Zahlen. Ist ja 16, 4, 4. Ja, und trotzdem lustig. Sehr gut, sehr gut. Döner ist richtig verflucht. Junge, Philly, wirklich. In der Version von Philippe wäre Pizza. Nee. Ich glaube, er hat das Döner-Ding aufgegriffen, leider. Bitte, Philly aufzuschreiben. Sag was, Philly. Was denn? Was soll ich jetzt noch sagen? Ist es von dir? Ist es von dir? Mein Gott. Ich glaube, wir hatten... Ja, egal. Ach, scheiße. Ich hätte jetzt wirklich gerne was zu essen. Das ist von Philly oder wie? Vom Meme, damit Philly gewinnt. Let's go. Das ist doch nicht von mir. Ja, das ist doch von Philly. Ja, das ist doch von Philly. Als ob das nicht von dir ist. Scheiße, habe ich da auch sonst Upvote und Dings gegeben. Naja. Wenn jemand sein Herz im Chat ausschüttet, very, very sad. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Ich meine, ich bin das Gegenteil davon, aber... Hey, fühle ich. Ach, wir sind halt einfach nur stumpf. Es ist wirklich genauso stumpf wie dieses Meme. What the fuck? Tag. 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 Der Text stand übrigens schon vorher da. Das ist das, was ich meine. Das Template ist schon so gut. Dieses Tag-Meme ist einfach schon so witzig. Coole Runde. Jungs, das Meme einfach nochmal zu viel. Lumi gewinnt die Runde mit 10 Punkten. 10 Punkten? Ach so. Ja, 10 vor Philly. Ach so. Ach, war schon 5 für 5? Oh, ah, okay. 5 out of 5. Guck mal, Vlesk oder ich. Einer von uns beiden. Entweder Vlesk oder ich haben sogar dafür gesorgt, dass Lumi gewonnen hat. Echt? Ja, wegen den 10 Punkten durch Meme, buddy. Kriegt er 10 Punkte extra. Was, das mit dem MixxL-Ding war wirklich nicht von Philipp? Oh, Mann. Ja, Philipp war... Ey, dann lässt du schon wieder schön verarscht, ihr. Ja. Haha. Ist ja schön. Ich glaube, ich liebe auch, wie mein Hund da so guckt, so. Und wir kriegen den 10 Punkten Unterschied. Hard to Swallow Pils. Oh, die sind aber groß. Hard to Swallow Pils. Ah, das ist einfach immer noch so. Ein Gewisskack-Meme. Das war wirklich gut. Aber ich appreciate trotzdem, dass diese Lobby wegen mir aufgemacht wurde. Finde ich gut. Ja. Auch wenn es ein bisschen dauernd wie gar nicht ist. Ja, hat Spaß gemacht. Finde ich ganz cool, so mit der eigenen Bubble. Ich fand es trotzdem lustig. Was meintest du, Vlesk? Ja, ich habe gesagt, genau deswegen finde ich es lustig. Ja. Ja. Voll. Ja, mit fremden Leuten, man weiß halt nie so genau, was da so, ne, wie die so sind. Ich fand es voll schön, dass sie das gemacht haben. Ich fand vor allen Dingen, wir hatten alle irgendwie voll so ein ähnliches Level an Humor. Außer Feli halt. Außer, ja. Es war holzsam. Es war nicht alles immer nur so, haha, Alkohol. Ja, genau. Ich fand es geil. Voll gut. Ja, danke für die Einladung. Ja, wir sind schön. Für die Runden. Danke dir, Tim, dass du dabei warst, ne? Danke, Veli, dass du dafür gesorgt hast, dass es so lange geht. Bart, danke, dass du dabei warst. Hey, danke nur, dass du dabei warst. Ja. 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 Ja.